Schau mal! Eine Radierung ist ein Bild, das von einer Metallplatte auf ein Papier gedruckt wird. Ich zeige dir anhand dieses kleinen Schlossgespenstes, wie das geht. Alles beginnt mit der Vorbereitung der Metallplatte. Die muss poliert werden und an den Ecken und Kanten abgeschliffen werden, denn zu scharfe Kanten könnten später das Druckpapier verletzen. Dann wird die Platte gereinigt und mit einem speziellen Lack bestrichen. Das ist notwendig, weil die Platte später in ein Säurebad kommen wird und Säure greift Materialien ja an. Überall dort, wo der Lack ist, ist die Platte vor der Verätzung geschützt. Mehr dazu aber später. Wie kommt denn nun das Bild von meinem Schlossgespenst auf die Metallplatte? Zuerst einmal habe ich meine Bleistiftzeichnung am Computer gescannt und spiegelverkehrt ausgedruckt. Jetzt muss ich das spiegelverkehrte Bild auf meine Metallplatte mit Pauspapier übertragen. Nach dem Drucken wird mein Gespenst übrigens wieder richtig herum erscheinen und natürlich auch die Schrift. Du kannst es im Video leider nicht wirklich erkennen, aber auf meiner lackierten Platte befindet sich jetzt die Zeichnung. Nun beginne ich, alle Linien mit einer Radiernadel in die Lackschicht einzuritzen. Die Radiernadel sieht aus wie ein Stift, hat aber vorne eine Metallspitze, so ähnlich wie ein dünner Nagel. Und daher hat die Radierung übrigens auch ihren Namen. Denn das lateinische Wort radere heißt kratzen oder schaben. Und genau das mache ich ja gerade mit der Radiernadel. Fertig. Die Platte muss jetzt für einige Minuten in ein Säurebad. Die Säure ätzt die Linien meiner Zeichnung in das Metall hinein. Das ist nur möglich, weil ich mit der Radiernadel ja die schützende Lackschicht beschädigt habe. Alle anderen Stellen, an denen ich nicht geritzt habe, sind vom Lack bedeckt und bleiben vor der Säure geschützt. Jetzt noch die Lackschicht entfernen und das spiegelverkehrte Bild ist auf der Platte gut sichtbar. Und übrigens auch spürbar, wenn man mit dem Finger über die Platte streift. Denn alle Linien sind jetzt kleine Vertiefungen oder Schnitte in der Metallplatte. Jetzt noch eine Farbe aussuchen und auf die Platte aufwalzen. Mit einem Lappen versuche ich, die Farbe möglichst tief in die Rillen zu tupfen und zu reiben, denn jetzt wird die Platte auch schon wieder sauber gemacht. Es dauert ganz schön, bis meine Metallplatte wieder so richtig glänzt und keine Farbe mehr auf der Oberfläche ist. Aber in den Ritzen, da sitzt die Farbe immer noch. Und um die da rauszukriegen, brauche ich eine richtige Druckerpresse. Und ich brauche feuchtes Papier. Durch den hohen Druck in der Presse wird das Papier selbst in die allerkleinsten Ritzen hineingedrückt. Und das feuchte Papier kann wie ein Schwamm die Farbe aus diesen Vertiefungen heraussaugen. Ob ich erfolgreich war und mein Druck gelungen ist, sehe ich erst, wenn ich das Papier vorsichtig wieder abziehe. Damit ich mit meinen Dreckfingern keine Flecken hinterlasse, fasse ich das Papier nicht direkt an. Nicht die Oberfläche meiner Platte hat für den Abdruck gesorgt, sondern nur die Linien, die sich durch die Säure tief in die Platte eingefressen hatten und in denen die Farbe hängen geblieben ist. Man nennt dieses Prinzip Tiefdruck. Jetzt muss die fertige Radierung nur noch trocknen. Und damit sie sich nicht fällt, wird sie abgedeckt. Jetzt bevor ich auf keinen Fall ab texts, sind die